mann alter, was gibt es denn diese scheiß wurzeln, war nicht zu schnell, nix, schön im flow und dann kommt diese hurnsohnenwurzel und schiebt mich hier irgendwo voll in den, ich glaube da war es irgendwo, keine ahnung alles gut, danke so Es war ein geiler Tag, ich war jetzt nach Hause, bin konzentrationsmäßig und ausdauermäßig am Ende, was heißt schon, wir haben jetzt vier Stunden geshuttelt. Guck mal wo wir lang fahren, hier wird wahrscheinlich so wie es aussieht immer noch zu sein, aber schon eine ganze Weile war, wobei, da wurde was drauf gebaut, nicht mehr ob das so geil ist. Weil es hier immer ziemlich tief reinging, wenn du da rein droppst, ja gut Bruder, da bin ich raus, an sich, gute Idee, ich sag nur, da unten konnte man immer so schlecht bremsen, wenn du da rein droppst, bei dem Wetter, bremst du dann noch mehr und haust dich irgendwo aufs Maul und da hab ich heute keinen Bock drauf. Da geht noch ein Easy Trail anscheinend rein. Ich hab übrigens jetzt auf Vlog gefilmt, sprich, mal gucken, was dabei so rauskommt, vom Grading her. Da geht noch ein Easy Trail anscheinend rein. Da geht noch ein Easy Trail anscheinend rein. Was ist das? alles gut? alles gut Ja Was ist das? jetzt fährst du kurz zur pause alter ich glaube so am ende war ich schon lange nicht mehr dass meine ausdauer konzentration so weit unten ist und so viel fahrrad fahren weil ich sagen muss konzentration ist noch da bis zu einer gewissen geschwindigkeit und technische bereiche waren voll näher das problem so so Was ist das? ich bin ja momentan dabei auch meine griffkraft zu verbessern und jetzt bin ich an dem punkt wo ich sag dass sie mir beim fahrradfahren sogar fehlt, dass zumindest jetzt gerade hier unten hat sie gefehlt aber vorhin ging es eigentlich. ich hoffe das video hat euch gefallen wahrscheinlich wenn das video rauskommt bin ich gerade wahrscheinlich dabei irgendwie mit der kamera wieder was zu filmen und dann kommt mal wieder was besseres was ein bisschen mehr fetzt, mehr edit haut rein